Für Sebastian Claus, der in »Die Bachelors« nach der großen Liebe suchte, gab es nach der RTL-Show doch noch ein Happy End. Es war einfach eine unfassbar schöne Erfahrung, fasste Sebastian Claus seine Reise in der Dating-Show »Die Bachelors« kürzlich gegenüber »Spot-on-News« zusammen. Allein die Möglichkeit, Frauen mal auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen, sei eine tolle Erfahrung gewesen. Die »Bachelors«. Sebastian Claus verließ das Finale ohne Freundin. Während sein Mitstreiter, der Bayer Dennis Gries, im Finale eine Fernbeziehung mit Katja Gretschutschen aus NRW begann, ging Claus als Single aus der RTL-Show raus. Mit »Larissa Schulte«, der er seine letzten Rose gegeben hatte, wurde es nichts. Dadurch, dass das bei Larissa und mir schon vor der Ausstrahlung wieder vorbei war, war ich emotional nicht mehr ganz so tief drin, und hatte den gewissen Abstand und die nötige Distanz dazu, so Claus. Zuletzt zeigte sich der Hamburger auf Instagram öfter mit der Drittplatzierten und Kim Komnenik aus Brandenburg. Doch mehr als Freundschaft ist zwischen den beiden nicht, wie Claus auf die Rückfrage eines Follower's auf Instagram. Seit ihr jetzt ein Paar? mit Nachdruck klarstellte. Nein, sind wir nicht. Die Bachelors, die Bromens zwischen Dennis Gries und Sebastian Claus besteht noch immer. Und trotzdem ging Sebastian Claus nicht allein aus dem Format. Schon früh zeichnete sich ab, dass die Wellenlänge zwischen ihm und Dennis Gries stimmt. Das Schöne an der Reise ist, dass sie einen auf Ewigkeit verbindet, betonte Gries nach Ende der Staffel im Interview mit »Promiflash«. Während der Dreharbeiten sei eine enge Bindung zwischen ihm und Claus entstanden. Seither sah man die beiden Bachelors bereits öfter gemeinsam auf Events. Wie Gries dem Unterhaltungsportal erzählte, hätten sie Claus' Geburtstag gemeinsam in Hamburg gefeiert. Außerdem habe er die Familie des Mitbachelors kennengelernt. Und auch rund einen Monat nach, die Bachelors, hat die Bromens noch immer Bestand. Auf Instagram teilte Gries gerade einen Screenshot von einem FaceTime-Chat mit Claus. Wenn man einfach zwei Fernbeziehungen führt, kommentierte er das Bild, das er mit einem Herz und einem traurigen Smiley versah. Dieser antwortete mit einem Herz-Emoji. Und dann gibt's die Bromens noch trivia. Untertitelung des ZDF, 2020